Musik So, schau mal, was ich da hab. Ja, was ist denn jetzt das? Du hast doch gesagt, du kaufst einen Christbaum. Ja, hab ich doch. Das ist unser Christbaum für heuer. Möchtest du mich da verarschen, oder was? Nein, das ist mir voll ernst. Wir müssen noch einmal schauen, dass wir was für ein Umweltdärm. Und so ein Christbaum im Topf, den kannst du dir mindestens fünfmal hernehmen. Das ist doch viel nachhaltiger, als wenn du die zu einem neu erschlagen musst. Ja, schon. Aber was tue ich dir jetzt mit meinem ganzen Christbaumschmuck? Weil da kann ich vielleicht einmal drei Kugeln hinhängen. Wenn es gut geht, noch ein Engel. Na ja, den Rest kannst du dir über Kleinanzeigen verkaufen. Ja, haben wir eh viel zu viel dahin, wenn du ehrlich bist. Und außerdem wird der Keller noch ein Rarling labern. Ja, du hast ja recht. Ja, jeder muss schauen, wo er seinen Beitrag dazu tut, gell? Mhm. So. Wo hinset ihr damit? Was hins denn jetzt das? Ja, das ist unser Weihnachtsangebot. Wenn man vier Tage Bier kauft, dann gibt es einen kleinen Christbaum im Topf geschenkt dazu. Deiner Mann weiß ja Bescheid. Ja. Ja, du Haderlump, du. Nachhaltigkeit. Ich geb dir gleich eine Nachhaltigkeit. Bayernkomödie wird unterstützt durch die Pagate-Lambra und ein schöner Rar.